Hi, ich bin der Alex von Salomon und ich wollte euch heute den Launch Boa Straightjacket Boot erklären. Der Boot ist Teil der Fit2Ride Serie, was bedeutet, er ist super kompakt, auch ziemlich leicht und auch true to size. Also quasi jeder Innenboot passt auf den Außenboot immer perfekt. Der Boot hat ein Boa Schnürsystem, das ist super einfach, super easy zu bedienen. Das Außen und Innen dazu noch das Boa Straightjacket System, das hier. Das ist quasi, das ist hier drin und das verhält sich quasi wie ein Sicherheitsgurt im Auto, damit die Ferse bombenfest im Boot sitzt. Der Innenschuh ist ein Comfort Liner, das ist etwas weicher und mit Hitze super easy anpassbar, was den Boot echt von Anfang an mega bequem macht. Und was auch an Fit2Ride wirklich ziemlich besonders ist, dass die Boots fahren sich von Anfang an bis zum Ende eigentlich ziemlich gleich. Also die werden nicht irgendwie, nicht irgendwie soggy oder so, sondern bleiben wirklich von Anfang an super kompakt und angenehm. Im Boot gibt es eine Autolite Sohle, da hat man sich am Salomon Footwear Department orientiert. Die Sohle ist super gedämpft, was wirklich entspannt ist, weil das verhindert, dass man am Ende vom Tag brennende Fußsohlen hat. Und der Boot ist ein Freestyle Boot, also quasi Park, Jibs, Jumps, fühlt sich überall zu Hause, bis Soft bis Medium und wie gesagt hält es auch die ganze Saison.